Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Forelle Müllerin. Die Forelle Müllerin ist ein Standardgericht der europäischen bzw. französischen Küche. Wichtig bei diesem Gericht ist die Frische der Fische, glänzende Augen, rote Kiemen. Das Bild zeigt Forelle Müllerin mit jungen Pellkartoffeln und Blumenkohl. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vier mittelgroße Forellen. Zitronensaft. Zwei Esslöffel Butter. Zwei Esslöffel Butterschmalz. Drei bis vier Esslöffel fein gewiegte, glatte Petersilie. Frisch gemahlener Pfeffer. Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Pfanne, Küchenpapier, Pfannenwänder. Zubereitung. Die Forelle säubern, innen mit Küchenpapier gut trocknen und außen mit Salz und Pfeffer würzen. Den Fisch mit etwas Zitronensaft beträufeln. Den Fisch von beiden Seiten mehlieren. In heißem Butterschmalz von beiden Seiten je sieben Minuten sanft braten. Die Forelle herausnehmen und das Fett aus der Pfanne entfernen. Das Butterschmalz abgießen und die Pfanne mit Küchenpapier gut ausreiben. Den Fisch auf die Teller verteilen. Die Butter mit der Petersilie in die Pfanne geben, das Ganze kurz erhitzen und über den Fisch verteilen. Als Beilagen eignen sich Salzkartoffeln, warme, geschmolzene Butter, Zitronenviertel. Diese Varianten gibt es Saibling mit Lavendel und Butter-Zitronensoße. Bilder Wenn die Forellen mal ein wenig zu groß sind. Forellen, Länge, 36 cm. Punkt. Passen in keine Pfanne, sondern nur in einen Bräter. Punkt. Gemehlt. Punkt. Im Backofen. Punkt. Auf großen Pizzatellern mit einem Glas Wein. Punkt. Und in voller Schönheit mit Butterkartoffeln und etwas Salat. Siehe auch. Forelle filetieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit.